Wie gut kennst du dich in den 80ern aus? Mach jetzt das Quiz. Welche Band landete 1984 mit Take On Me, einen Welthit? Duran Duran, Tears for Fears oder AHA? Mit ihrem Hit Take On Me und dem bahnbrechenden animierten Musikvideo erreichte AHA 1984 weltweiten Erfolg und prägte die visuelle Musikindustrie. Welche US-amerikanische TV-Serie machte in den 80er Jahren David Hasselhoff weltberühmt? Knight Rider, MacGyver oder Magnum? Die Serie Knight Rider, die ab Ende der 80er Jahre ausgestrahlt wurde, machte David Hasselhoff durch die Rolle als Michael Knight zum globalen Star. Welcher deutsche Tennisstar holte sich 1988 den Golden Slam? Steffi Graf, Boris Becker oder Michael Stich? Steffi Graf sicherte sich den Golden Slam, indem sie als erste und bisher einzige Tennisspielerin alle vier Grand Slam-Turniere sowie die olympische Goldmedaille in einem Jahr gewann. Welcher Schauspieler spielte 1985 in Zurück in die Zukunft die Rolle des Marty McFly, Tom Hanks, Michael J. Fox oder Matthew Broderick? Michael J. Fox wurde durch seine Rolle als Marty McFly im Science-Fiction-Hit Zurück in die Zukunft 1985 weltberühmt. Welcher Boxer wurde 1986 mit 20 Jahren der jüngste Schwergewichtschampion der Welt? Evander Holyfield, Mike Tyson oder Lennox Lewis? Mike Tyson schrieb 1986 Sportgeschichte, als er im Alter von nur 20 Jahren der jüngste Schwergewichtsweltmeister wurde und dominierte den Boxsport mit seinem aggressiven Kampfstil. Wer wurde mit dem Song Like a Virgin weltberühmt? Madonna, Cindy Lauper oder Whitney Houston? Madonna erlangte mit ihrem Song Like a Virgin weltweite Bekanntheit und setzte durch ihre provokativen Auftritte und ihren einzigartigen Stil neue Maßstäbe für die Popkultur. Welches Land gewann die Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien? Deutschland, Brasilien oder Italien? Italien sicherte sich 1982 den dritten Fußball-Weltmeistertitel, nachdem sie Deutschland im Finale der Weltmeisterschaft besiegten und Paolo Rossi zum Helden des Turniers wurde. Welcher italienische Modedesigner wurde 1985 in Miami erschossen? Giorgio Armani, Gianni Versace oder Valentino Garavani? Gianni Versace, der berühmte Modedesigner, wurde 1985 in Miami erschossen, nachdem er die Modewelt mit seinen ikonischen Entwürfen revolutioniert hatte. Welche Zeichentrick-Serie, die in den 80er Jahren startete, handelte von mutierten Schildkröten? Teenage Mutant Hero Turtles, Thundercats oder He-Man? Die Zeichentrick-Serie Teenage Hero Ninja Turtles wurde in den 80er Jahren zu einem popkulturellen Phänomen und inspirierte eine ganze Generation mit ihren abenteuerlichen Geschichten. Wann fiel die Berliner Mauer? 1985, 1987 oder 1989? Der Fall der Berliner Mauer 1989 markierte das Ende des Kalten Krieges und leitete eine neue Ära in Europa ein, die zur deutschen Wiedervereinigung führte. Welches Ereignis im Jahr 1986 führte zu einer der größten nuklearen Katastrophen der Geschichte? Three Mile Island, Tschernobyl oder Fukushima? Der Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 führte zu einer der größten nuklearen Katastrophen der Geschichte, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind. Welche Sportart erlebte in den 80er Jahren dank Michael Jordan enorme Popularität? Baseball, Basketball oder Football? Dank Michael Jordan erlebte Basketball in den 80er Jahren einen enormen Popularitätsschub und Jordan wurde zur weltweiten Ikone des Sports. Welcher Charakter war in der Serie Denver Clan als rücksichtsloser Ölmagnat bekannt? Blake Carrington, J.R. Ewing oder Alexis Colby? Blake Carrington, der rücksichtlose Ölmagnat, stand im Mittelpunkt der Serie Denver Clan und kämpfte um die Kontrolle über seine Familie und sein Unternehmen. Wer wurde 1981 amerikanischer Bundespräsident? Jimmy Carter, George Bush oder Ronald Reagan? Ronald Reagan prägte als US-Präsident in den 80er Jahren die konservative Politik und trug maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges bei. Wer war 1989 der Gründer des World Wide Web und revolutionierte damit die Kommunikation? Steve Jobs, Tim Berners-Lee oder Bill Gates? Tim Berners-Lee schuf 1989 das World Wide Web und revolutionierte die moderne Kommunikation, indem er das Internet für die breite Masse zugänglich machte. Wer gewann 1982 das erste Mal für Deutschland den Eurovision Song Contest? Nicole, Lena Wallaitis oder Lena Meyer-Landrut? Nicole gewann 1982 den Eurovision Song Contest für Deutschland mit dem Song Ein bisschen Frieden. Dir gefällt's? Dann abonniere Quizheld. Welcher britische Thronfolger heiratete 1981 Lady Diana Spencer? Prinz Charles, Prinz Andrew oder Prinz Edward? Prinz Charles heiratete 1981 Lady Diana Spencer, was zu einer der meistbeachteten königlichen Hochzeiten der Geschichte wurde und weltweit medial verfolgt wurde. Welche Farbe galt als Trendfarbe der 80er Jahre? Rot, Neon oder Pastell? Neonfarben dominierten die Mode der 80er Jahre und symbolisierten den auffälligen und lebendigen Stil, der typisch für das Jahrzehnt war. Welcher Künstler war in den 80er Jahren für seine farbenfrohen Pop-Art-Werke bekannt? Mark Rothko, Andy Warhol oder Jackson Pollock? Andy Warhols farbenfrohe Pop-Art-Werke machten ihn in den 80er Jahren zu einer Ikone der Kunstszene und seine Bilder von Prominenten wurden weltweit bekannt. Welcher Schauspieler spielte die Rolle des Doktors? Peter Venkman in Ghostbusters? Dan Aykroyd? Harold Ramis? Bill Murray wurde durch seine Rolle als Dr. Peter Venkman in Ghostbusters zu einem der beliebtesten Schauspieler der 80er Jahre, bekannt für seinen trockenen Humor. Wie viele der 20 Fragen hattest du richtig? Dann сер society. Wie viele der 20 Commsifa?